Alle Spiele der BKBBL. Das ist schon alles live. Telekom Basketball. Einzige Punkte in dieser... Wow! Ulmer! Komplett frei aus dem Einwurf. Darf natürlich passieren. Das Ding zu schnell. Und Jelovic vertrippelt sich. Wieder die schnellen Hände. Fastback läuft. Ludlingsburg im Vorwärtsgang. Weiß und Heel im Eins gegen... Oh! Reus und Heel mit dem Dunking! Wow! Ludwigsburg pusht nicht. Pusht das Publikum. Was ne Aktion von Reus und Heel.